Hallo Leute, willkommen meine Damen und Herren von BLEA UNKNOWN SPELLGRONDS Hallo, ich bin Fabian und Niklas Hi Steigen wir aus? Ja... Versunkene Stadt Was? Hier direkt bei der Insel, jetzt runter Ich folge euch jetzt einfach Ich folge jetzt aber Niklas, keine Ahnung wo hin Direkt runter zu diesem kleinen... Ach die, da war ich auch schon mal ...Knubbelsee Die versunkene Stadt Kleiner Tauschparty Kleiner Tauschparty Ach Tobi, Spielfeldelber macht nicht mit Zei Stück Zei Stück Drei ab und geht in Ruinen, drei sind bei euch Los Bei der Ruinen ist nämlich niemand gelandt Mit Tobias, Kleidertauschparty Ich finde das nicht so lustig, warum soll ich da mitmachen Kleidertauschparty Du magst keine Kleidertauschpartys, Frau bist zu mies Kleidertauschpartys sind die besten Ja, Mann Scheiße, der Typ kriegt vor mir die Waffe Ja, bist du dort Ja, bist du dort Leute, hab ich gar keine Klitsch Kleidertauschparty Ich bin tot Habs gecallt Jo, ich glaube, es wird eine Sammschneidrunde Weil wir werden jetzt gleich alle fern Kleidertauschparty Hehehe Hehehe Oh Gott Hehehe Geile, geile Jacke, du Ja, danke, Mann Du guck doch noch in den einen Raum, den du gerade eben vergessen hast Rechts Nix gehende Leere Schade Schokolade Das war lange Himmel angezogen hier Ihr habt nur Jacke gefunden Was ist persönlich ein ganz gutes Spielfeet, Chef, wenn du die Items, die du aufhebst Und wenn du gewinnst, was war nie passiert, aber trotzdem, wenn du gewinnst, dass du die Items, die du am Körper, also am Chartrex, die du gefunden hast, mitbehalten darfst Also, du Äh, answer Nur die Klamotten meine ich, das fänd ich ganz cool Achso, das fändest du cool Also nur die, nur die Cosmetics, aber ich hab geleckt Ich lecker Ja, das fänd ich aber ganz cool, wenn das geändert wird Ja, wir sehen, dass du gerne leckst LOL So kann ich nicht spielen, Leute, also Ich sehe gerade aus, ob geht, ich werde immer zurückgesetzt Konnte ich nach dem fünften Mal, konnte ich den Nate dann doch mal looten Vergiss die Pankele nicht Oh, das kennt Oh, da war ein Handschuh Da ist die Tür öffnen, pass auf Ah ne, doch nicht, hat bei mir nur gebackt Das Dach ist ja voll Unbefriedigend Uh, du hast einen Schalldampfer drauf Oder auch nicht Oder doch Äh, nicht Doch Sind die arme Pistels, ich erkenne die Models Wow Was ein aufwändiger Weg für nichts Doch, du konntest beten Oder hast du etwa nicht gebetet Leute, ich bin ja halt ganz alleine Fabian, ich komme gleich zu dir Ich bräuchte aber mal ne gescheite Waffe Cool ist, wir sind mitten in der Sohne, also die Blaue Sohne macht uns schon mal kein Problem Ja, der Fabi hat gerade noch Okay, wir haben schon Ja, der Fabi hat gerade noch auf dem Spielplatz gechillt Du lebst noch, gell? Die sind zu dumm, um die zu treffen Wie geil Chilling unter Wasser Ohne auch nur Wie scheiße City Jetzt nicht mal einen bekommt, alter Ja, Digga Die steht direkt vor ihm und schießt auf ihn Aber der nochmal hat gerade schon kein Steak HePor Herr Ja. Leute, würdet ihr mir jetzt zugucken, wie ich aufnehmen würde Dann könntet ihr es sehen Aber er verreckt an sich selbst Hä? Haben die das nicht bekommen, oder was die ganze Zeug? Ja, die haben den nicht bekommen die Knie da im Wasser und butz 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 nicht einmal getroffen so, da gucken wir ja dem Falko zu ja gut, mitten allein hier der Pampa so magisch das du hast ne schallgedämpfte Waffe, du kannst dich umbringen ohne dass es jemand merkt ich bin James Bond, ich mach zack, zack, das mal weg dum 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 ich geh jetzt aber hier James Bond Mokka ein, viel Spaß ja vielleicht mach's, vielleicht er geht es auch, ich weiß nicht ich glaub ich er geht es auch, aber vielleicht er geht es auch beim Schneiden, oh scheiße, da sollte was kommen mein Ziel ohne die Top Top 15, warte, lag da kurz nein, das ist ein Stein oder Stein möchtest du ein Stein sein dann rufe Kleinstein da ist ein Auto weil es ein Auto hat schon gelernt ich hab gehört das ist ein Auto wenn du jetzt noch einen Kill reißt, kauf ich dir ein Eis wenn du jetzt noch einen Kill reißt, kauf ich dir ein Eis bitte Pistel der Spielbereich verkleinert sich ich glaub du kannst weiter looten, die sind in den anderen Häusern der ist weg vom easygoing hatcher ziehst du andere Häuser hehehe klick mit dem Pistel Brau ist dies go, ich bau die alle weg bau sie alle weg, ok bau sie ab bau sie ab bau sie ab du Spacki B Geh kacki Ddle đdle 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 Dan da 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 j das reicht nicht da ein wot hust weil die so kurz war und wir gefällt haben, also bis gleich. Hallo! Das seid aber da, für unsere Warte runter. Mal gucken, die Warte da war. Guten Tag! Hallo, komm her, okay, steig mir raus. Äh, die Posca! Jetzt können wir die Leute rausfliegen sehen. Die Köppel. Die Köppel fliegen! Da sind wir alle Leute, schaut doch mal hier. Das ist Andi, Peter, Hans, Dieter, Klaus. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Olaf. Und das ist... Jetzt oder? Komm, da rechts unten. Okay, jetzt. Wollt der Ender wieder für Mittel-Terror-Base gehen? Anscheinend. Wollt auch nicht. Ich will nach links und in dieses andere Loch. Äh, 20 Grad. So eine kleine Häuser... Kleine Häuserwucht. Ich geh woanders hin. Hey, tschüss. Hey, hey, hey. Ja, wir sollten schon alle zusammen irgendwo hingehen, ne? Ansonsten... Nein, wir stellen uns alle auf. Ja, GG. Okay. In der Militär-Base sind drei andere übrigens. Ich geh da nicht hin. Siehste? Bei mir ist kein anderer. Ha! Alter, die Klasse ist sau weit abgeschlossen. Ja, Mann. Faden, ich komm mal in seine Richtung mehr, ne? Nein, Mann. Da bin ich vier Euro für mich. Ne, aber ich auch lande. Die gönne alle mir, äh? Ja, dann gönn dir... Alter, hinten in Libovka sind fünf Stück oder so gelandet. Also sechs. Bei dir, Niklas, sind auch Nummer drei. Nicht aufpassen. Bei mir. In der Militär-Base sind auch wir. Wir sind so ver-fickt, Alter. Ich bin nicht bei der Militär-Base. Trotzdem. Alles in unserer Nähe. Deswegen hab ich's genannt. Bauernabend. Ihr wolltet hier raus. Ja, wenn wir in Libovka rausgegangen wären, Wenn wir jetzt in dem Moment tot. Weil das noch mehr. So. Hier mal nur Karofar werden, dann müssen wir uns eigentlich ver-fissen werden. Alles ver-fisst, echt. Das ist schon mal. Lol, Illuminaten-Dreieck mit totem Kopf. Junge, ist das der Herr in Ernst? Ich finde einfach keinen Scheiß. Ich finde eh ich der selbst, vor du fragst. Kein Auto hier, scheiße. Nein, das funktioniert nicht da hinten. Das ist kaputt. So gut wie nichts, Alter. Ich brauche doch nur einen hässlichen Rucksack. Ich habe eine lowarm Brust. Nice. Fabian, hast du schon eine Waffe? Zwo. Da brauchst du noch eine Uzi brauchst du dann wahrscheinlich nicht mehr. Kaffee selber einfach. Ah, nice. Oh, ich hätte fast die Medi-Pack hier einfach vergessen alle. Kann man die Krüte dafür rausziehen. So, baue du nur einen Rucksack und eine Westle. Nicht mal eine Westle. Ich habe keinen Rucksack. Und ich könnte einfach noch mehr mitnehmen und ich so schütt. Ah, regt es auf. Ich fühle sich aus der Militär-Rebell. In Richtung Militär-Rebell. Dann läuft einer Fabian auf der Straße. Richtung 300 Grad. Ich bin der ganze Zeit weg. Ich muss ihn nur gesehen. Ich fühle mich, dass man nicht zoomen kann, außer mit der Masse zahlt. In Richtung Militär-Rebell ist gerannt. Das ist schnell die Straße. Und wir müssen langsam machen zum Niklas. Ich bin wieder viel zu weit ab vom Schuss. Schüsse rechts von uns. Ja. Ich komme euch ein bisschen entgegen. Ich gehe von mir aus gesehen östlich den Häusern hin. Ein Sickle. Das ist ein Carre-Fahrer, lass dich das nehmen. Zwar die dümmste Sicherheit, die es gibt, aber besser nicht. Buggy? Ja. Da steht, da steht drei Leute Fabian! Three kills! Hol sie dir! Wieder auch rein. Nee. Die stehen nicht. Doch. Doch. Ich habe einen. 3 AFK-Guide, Alter! So. Tragekel sind sonst. Die haben nicht dabei, weil die gerade jetzt gesponsen. Bei mir in der Nähe ist ein Auto. Also wo ich jetzt bin, kommt einfach zu mir und wir fahren mit mir. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Yo, was ein toller. Das war ein ganz Dreier-Team, was AFK war, kann das sein? Ja. Lell. Ich bin in der Nähe. Das ist da. Das ist der ausstecken. Ich habe Niklas schon übertrug. Elton sind zwei. Echt? Tadara! Komm zu dir Niklas! Der eine hat uns nicht gesehen. Was ist denn ein Auto? Norden. Haben mich schon mal bemerkt. Ich hab den einen. Scheiße. Sind die direkt bei mir? Ja. Hier sind drei. Die läuft bei mir ums Haus rum. Ja, ganz viele. Sind fickt. Ich hab den einen. Nein, das sind die mehr. Ah, scheiße. Achso, du bist gestorben. Ich dachte schon, wieso bin ich jetzt auf einmal so. Okay. Meine zwei Kackrunden, aber egal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.